Merax A1 Dieses Rudergerät ist ein Modell der mittleren Preiskategorie. Es ist mit einem 4 kg Schwungrad ausgestattet, verfügt über ein Magnetbremssystem und der extra stark gepolsterte PU-Sitz läuft auf einer Aluminiumschiene mit. Durch den Klappmechanismus lässt sich das Rudergerät platzsparend verstauen und leicht transportieren. Das Schwungrad hat eine Widerstandseinstellung von acht manuell einstellbaren Widerstandsstufen. Abrutschfeste Pedale sollen für einen stabilen Halt während des Rudertrainings sorgen. Während des Ruderns können auf den Multifunktionscomputer folgende Informationen abgerufen werden. Ruderschläge, Distanz, Kalorienverbrauch, Trainingszeit und Puls. Die maximale Gewichtsbelastung des Rudergeräts liegt bei 130 kg. Dank des Take-to-Carry-Systems soll sich die Sitzschiene einfach einklappen lassen, um das Rudergerät platzsparend zu verstauen. Mit den integrierten Transportrollen kann das Rudergerät problemlos verschoben werden. Untertitelung des NDR 2021